Ich habe meine Gebete angefangen und dann kommen wir an. Für den Himmel, wir danke dir für das Hund. Wir danke dir für die Gesundheit und für die Läufe. Wir danke dir für dein Wut, dass wir hier hinzukommen und in dem Wut studieren und lernen, von dem Wut sagt und will zu leben und wieder verwaschen zu kommen und glauben. Und dann wird dir das Wut an das Lied für den Wut. Ich danke dir für den Wut. Ich danke dir, dass ich dir ein Wut an das Lied für das Lied, und dass jeder Wut lernt, dass jeder Wut wälder und dass jeder Wut wälder sein kann, das wir lernen und was wir sagen. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Okay, als Tömer von der Böse sagt man sich, take the garbage out. Und wo wir sagen, wer hat überhaupt garbage gemacht, nicht? Ja, das war die Schale, die sind in den in den anderen Ja, everywhere Wo immer der Garbage verstärkt hast, dass sie rauskommen und es bleibt ihr in Waren Ja, das war wieder und das ist und das war ein und äh Wir gleich da wo wir in unserer Vergangenheit haben einen Malacker Wir haben einen Malacker Malacker von Malacker an Malacker Malacker sitzt bloß du und bei den Menschen die Ram sind Jesus hat den Malacker nicht mehr die denken den konnten nicht mal denken Malacker und wie wäitte den Malacker du für den Malacker du den Malacker du wäitte anja person lebe und nicht wäitte und treten Malacker wäitte und wie die nächste früh wenn wir von der heute fährt oder wir nie fährt wenn wir von jester fährt der kommt nicht mehr von der und von der und von und von der und die von die die über verjerte als ein und vielleicht wer das hört du wirst gleich mit anverstanden und dann wird polis wählsig mit flieb er hat polis wählsig zu sagen wie er kann news von wenn du nicht verjerte kost dann kläffst du mal was her komm an somebody ok l e die ist an 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 Ich habe das letzte Jahr gemacht. Dann habe ich noch einmal mit dem Garbage gemacht. Ich werde in Fäuser Kapitel 2 vers 1 betreuen. Das ist das größere für mich. Hier werde ich an jünger Sünde geschehen. Und die noch so lebte aus dieser Welt dort verlangt. Und die unsichtbare Macht, die immer dieser Welt herrscht und erdöne wir. Denn jetzt, der die Krieg, der die Worte, der Gott nicht herrscht. Denn jetzt, der an die Worte, der Gott nicht herrscht. Wie lebte zu einer Zeit auch oder so aus ans Fleisch dort verlangt? Und die Worte, der unsere Last und der Streif. Und wie werde von der Natur ihr Kinder und ihr Gott sehen eier. Und so aus alle anderen. Und so aus alle anderen. Und so aus alle anderen. Aber ich lebe, du gehst voll ab in den Sinn, weil immer mir janker das direkt. Du wirst eine Schränkung, du wirst niemals verholt. Du musst immer weiter auf der Schufe sagen, wirst du schränken, wirst du schränken, und du wirst nicht der Freude von Gott. Aber ich wüsste auch nicht, was der Freude ist, weil ich wüsste nicht. Ich dachte, wie will ich jetzt die Geburt. Einige Leute, wenn ich hier sage, dass Gott heute eine Grautscheine, ich dachte, dann wirst du noch nicht von woher kommen. Aber du wüsst, von woher kommen, aber ich wüsste nicht, von wo du kommen. Der Bibel sagt, dass Gott seine Grautscheine oder Urgrautscheine oder Verfuhrer oder whatever, dass Gott seine Grautscheine sagt. Wir haben drei Fienden in unserem Leben, wo er uns aufgrund total zu trübbeln. Ein Fienden in unserem Leben und der Nächsten ist der Welt und der Drehler hat das Fleisch. Ein Fienden in unserem Leben und der Drehler hat das Fleisch. Er findet die Welt und die Ursache der Dinge angeben. Die Welt und die Ursache der Welt, die Dinge um, die nicht von Gott sind. Was haben wir vor, wo du was, wenn du nicht Jesus Christus schaust, die du vorstimmst, die du im Studium und wo du meinst, die die Judäfobie ist, die eckle Diewaute, wo er ist. Aber die Welt und die Menschen, die nicht an Jesus leben, die dort ein Messkrieg ist, die dort ein Fluch oder eine Haxerie, die ab den abläuft. Was sei eigentlich so gut. Der Nächste ist unser Fleisch. Unser Fleisch hat auch eine hohe Sorte. Wie sollen wir uns die Rats? Wir haben drei Fienden in einem Fienden, eins der Welt und eins mit einem Fleisch. Deine drei Fienden sind immer jeden Fienden. Römer Kapitel 7 Verschachttieren, das ist von uns, wo unser Fleisch ist. Römer 7 Verschachttieren. Römer Kapitel 7 Römer Kapitel 7 Verschachttieren, 'saher Unterteiltere, du weißt. Lässt ihr genauer TV im Gesetz? Hier können wir sagen, wo die Fiendlechte wohnen, an uns Fleisch, nicht an uns Jäs. Viele Menschen seien Christen kennen nicht bei der ersten Haare, weil die in Jäs, die in Fleisch sind verschiedenste Dinge. An den Jäs wurde bei der ersten nicht gewohnt, wobei an dem Fleisch gleich wieder zu wohnen. Bei der Jäs brucht laut, wo die man abreden kann. Wir sagen, dass du beim Doto-Haft, wo das Mensch, bei der ersten Haare einmal Menschen, der Doto hatte, weil er mit dem Grobhoff bringt. Wir sagen so, was beim Grobhoff im Neuen Testament, bei der ersten, beim Grobhoff wäre. Eine Lehre war so, wenn nicht manche verstehen kann von der und da. Und wenn nicht manche glauben, glauben wir das. Weil wenn du irgendwo kommst, die bei der ersten Abschlappe hast, wie im Doto-Haft. Wenn irgendwo ist manche sick, bei der ersten Abschlappe aus dem Läuftaschdorf. Ich wurde in der Channel und er war hier von der ersten Abschlappe. Ich weiß, was mein Dad starf, dann passiert etwas an mir. Was fällten hier, wenn du sagst, wenn meine Mutter oder mein Kind oder mein Vater starf, irgendetwas passiert an mir, dann ändert etwas. Wenn du in der ersten Tag warst, wo du nicht warst bei der ersten hier. Weil der erste, wo dem Leben, den Menschen geplant hat, der keine, der Mensch, der kann man mal ein plaud. Und der erste, der war an der Familie, glaube ich. Der war, der war, wie man die Familie sich in der heute. Aber der ist auch der nicht, der hat nichts getan, als du warst. Und ich konnte euch Zeugnisse vertellen, wo ich gesagt habe, wo diese Dinge passieren. Denn da war der Tag. Aber wenn ihr da bei der erste hier habt, wenn er starf, dann würde der Hausar hier in den Anwalt bei der erste. Und den da konnte er nicht mehr erbauen. Und jetzt war da ein Mensch immer an der Familie, wo er sich in die Straße finden. Und ich sage, jetzt war ich vielleicht klar, ich habe gesagt, mein dad hat bei der erste, dass mein dad, er war sie begeert, und er lebt von Jesus, und er wusste, wo er ist. Und ich habe sagte, wenn ich mir sage, dass ich immer noch was, war ich da nicht. Und alle deine jetzt, wenn mein dad, dann immer fuhre ich sie begeere, und der dreift mich ganz wenig. Kommt jemand? Viele Menschen, die hier fährt, aber ohne Erdäute sind, das gab es auch nicht. Ich zeige dort immer und immer, in der Familie, wo diese Dinge passieren. Wo die Feed-Mann abgeben und ein Mensch, der weiß, wo er sich tüßig fällt, der weiß, wo er aufschaufen kann und nur weil er bleibt. Wenn die Bibel sagt, ich wollte von Herrn auch immer und immer sagen, wie soll den weiße Fiend keine Gelegenheit geben? Wo wir so verpenden, in dem Camp einmal durch und speziell, wenn du irgendwie auf dem Krankenbaden hast oder wo Dinge passieren. Du, 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 der leichte Fiend. Seine Rolle, während der Spieler, auch alle üttöne, dass sie so weit ist, der kommt. Ja. 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 Warum? Ich habe ein Antwort, der ich sage, dass er die Mutter besitzt, die Frau ging immer durch und fragt, dass er immer. Man grült sich dann, dass er immer länger sagt. Das ist jetzt, wenn man so hat, 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 man hat die Leute, dann muss man so gerne nehmen. Ich habe ein Wort, wenn man so hat, dass man so will, wenn man so hat, dass es in der Bibel gibt, dass es jetzt eine kleine Pferde ist. Es ist ein Sinn, weil ich in meiner früheren Kürtel nicht in meiner Kürtel in meiner Schuhe Ich verstehe aber, ich habe jemals in meinem Leben wie die Sonne. Denn wir wissen, dass unsere Sonne noch wenig ist, noch stürz. Ich habe nicht gedacht, dass wir vorhin in meiner Früh checken. Ich habe mit meiner Früh Angst. Gucken wir mal. Wenn ich die Hand vor dem Satz in Ruhe, dort wird es leicht. Die Sonne bleibt nicht mehr zu gehen. Für die Menschen wird es am Himmel gewonnen. Für sie sollen wir dankbar sein. Sehen wir vor uns dankbar zu werden, nur wir sind nicht. Das ist das Typ, was da passiert ist, wenn du erst trürig hättest. Für die Männer sollen hier in Friede sein. Weil wir wissen, wo sie sind. Aber ich habe gesagt, es ist so viel. Die Bibel beschriftet von der Dojo. Sie hat keine Gemeinschaft mit Dojo. Und da kommt es wieder noch zu nehmen, aus dem Großhafte der Landkriege. Das kriegt es auch. Befehle Menschen, die sind, wie weiß ich, das 1.4. schämt die schwingende Lebe zum Beispiel. Und ich wollte nicht einmal kompromise, in der Ferien, weil ein Freund sein mit denen, in dem wir hohen, noch mit dem Matkuchen mit denen. Da wollte ich nicht die Befehle nicht, da kriegt dort einfach eine Schlau-Parteihaft. Und wenn sie nicht die Befehle nicht ARE, die Befehle nicht hat, die Befehle nicht herumfahren. Wenn sie nicht die Befehle nicht herumfahren, dann wird sie auch in dem trouble. Und sie auch. Was setzt du? Das ist ja eigentlich nicht schwierig. Oh ja, die du auch. Oh ja, 100%. Oh ja, 100%. Praise the Lord. When you were close to your family, if you don't deal, you don't deal with them. What do you do? What does the Lord do? What does the Lord do? Aber ich dachte, wir müssen die Geschick vertrauen, dass wir alles sind. Aber ich kann mir noch nichts hier hängerstellen. Wir haben auch nicht viel tun. Was wir nicht abdecken... Ich weiß nicht, dass er sich fragt. Was wir nicht abdecken, dass wir das immer sagen. Wie haben wir so zehn Jahre hier, was alle? Wie haben wir nicht dagegen getan? Und ich sage, kann ich selbst. So haben wir eine Garbageklammer aufgeläben, nicht? Was ich? Wie mache ich mit meinem Alter? Und dann steht es auch da, wie sie sich die Hände an assault. Was, es ist auch da gewesen. Ja, die Garbageklammer, das ist nicht alle. Ich sage vor heute, die Garbageklammer, die nicht zufrieden. Wann, ich kann euch schon mal überschneiden, zuwende ich. Könnt ihr euch mal diese Hände auf den Fabrieren nehmen? Ja? Wann, du, du, du... Das hat hier etwas gereicht, das ist ein Schmarrer, das ist ein Du-Gast-De-Joint. Auch nicht, wenn ich? Probe mal, das wird nicht stimmen. Ja, klar wird es Matthäus. Jetzt Matthäus auch verschneint, wenn ich. Ja, das hat nichts mehr Schmarrer zu tun. Matthäus auch verschneint, wenn ich. Aus der Gäuse saue, von der unter schrie, was hast Du mit uns zu tun? Gäuses, Du Gott sie sehen, was Du gekommen an das Pfarr der Tüte zu schwäle? Er sagt wieder. Ein ziemlich eng aufgrüßt ein großer Herzschwein. Wollen wir den 28. vorlesen? Nein, den 28. vorlesen. Aus Gäuse nur der andere sieht, wo der Käume an der Gaderäne erlohnt, Käumen am 2 Manner entgehen, der von Bäuse jäste besäte wir, dass sich ein Lagergräber abhält und so rettend wäre, dass sich keiner will dem was zu tun. Aus der Gäuse saue, von der Gäuse zu schrie, was hast Du mit uns zu tun? Gäuses, Du Gott sie sehen. Was Du gekommen an das Pfarr der Tüte zu schwäle? Und ziemlich eng aufgrüßt ein großer Herzschwein. Und dann brach er der so tun, Gäuses in See. Wenn Du uns rüht driebe das, dann lüht uns an der Schwein nach vorne. Se, ich habe jetzt einen... Jesus holt eine Fataule mit dem Bäuse jäste da. Für mich sagt, warum wird hier der erste Fataule? Und dann macht es locker sein. Wenn Jesus mit dem Bäuse jäste den Pfad? Und dann fangt der andere Fataule. Wenn Jesus mit dem Bäuse in der Gäse im Bäuse checkt, das einmal in dieses Pfarrung mit den Tönubrö. Man muss noch nichts sagen, wie das wird, dass der Jesus mit dem Bäuse jäste noch waren. Aber hier in diesem Fach auch dort he. Und wie kann hier sein, der Schwien sind Klicke aus Menschen. Der Schwien, der nehmen sich das Leben, wenn er bei der Zerstörung ist. Der hat einen mehreren Versuppe sich. Weil Menschen wie Luther nach Nordrhein-Western überreicht. Und Schwien, der sagen, wenn er bei der Zerstörung ist, dann versuppe ich es noch. Und weil sie die Zerstörung nehmen, hat sich das Leben gekauft. Ja, exakt. Und im Neuen Testament wurde die Zerstörung genannt. Es wurde andere Zerstörer genannt. Oder es wurde der Familiar Spirit als ein bekonter Zerstörer genannt. Oder ein Zerstörer von Liebe. Oder sogar ein Engel von Beisefiend. Und wir wollen hier mal in der Verschriftstelle checken, wo ich immer checken. 2. Timotheus 1 Vers 7. 2. Timotheus 1 Vers 7. 2. Timotheus 1 Vers 7. 2. Timotheus 1 Vers 8. 1. Timotheus 1 Vers 8. 2. Timotheus 1 Vers 8. 3. Timotheus 2 Vers 8. und du wie uns selbst beherrschst. Gott gab uns nicht einen Gäste von Angst. Der Gäste gab uns einen Gäste, ob wir uns alle selbst beherrschst. Wenn du nicht auf Angst beherrschst. In Hosea Kapitel 4 Versfeuer redet, wo du nicht wirklich überlesst, weil ich jetzt denkst du, wo du viel sagst. Hosea, 4 Versfeuer, wenn du nötigst, wenn du es abschreibst, du sagst, ein Gäste von Lost. Das war auch ein Gäste, dass der Mensch auch ein Gäste von Lost hat. Wenn in Hosea Kapitel 8 Versfeuer 10 ein Gäste von gebungen hat. Viele Gäste, mir ist die Gäste, von der Hosea Räume, der sind gebungen, der wollte doch nicht. Wie so eine Säuseife Gäste, der von der Hosea Räume sagt, ja, wenn ich von der dort sehe, dann sehe ich im Himmel. Da wollte der Mensch auch nicht fortnehmen, aber die Säuse, der sind reingangs gebungen. Da wollte jeder Fehler von dieser Säuse, was du merkst, und die den Fehler nennen. Aber ja, wenn ich von der dort sehe, dann sehe ich im Himmel und der Lebe 100% angebungen hat. Das sind die Gefängnisse, wo die Vorspäne sind, wo die nicht weiter über die Hand kamen. Für euch steht, worum? Worum wirst du von der? Warum warst du dieser Sache, wenn du von der dort warst, wo du im Himmel warst? Wenn ich dann auf die Grundfahre fahre, warum diese Sache warst, wenn ich habe Jesus? Okay, wo weißt du, wo du Jesus hast? was? Und das hat mich, wenn ich würde sagen, wenn ich würde, wenn ich würde, wenn ich würde, wenn ich würde, wenn ich sage, worum glaubst du, was du im Himmel warst? Wo kostest du? Ich leere an Kirchessen mal, dass wie der Gewässer hat, dass wie war, soll ich war. Du, an Kirchessen, hast du in der Bibel falsch beschrieben, was wieder Versicherung hat, dass wie war, soll ich war. Und so ein, so ein, vier Menschen hier, von der und der auch, der sind. Ja, ja, eigentlich im Himmel. Ich kann nicht sagen, was ich sage, es ist der Fiend, als ob er weiter nach Neu sei, wo er im Himmel sei. Und wenn man einmal, fangst du, warum weißt du, dass du, nein, du wirst im Himmel sein, du siehst nicht, nein, kein Jesus. Okay, was passiert, was lässt du auf Jesus, du wirst im Himmel sein? Was hast du auf Tavisie och und der, wenn du was, was du aufTavisie one, was du in Himmel habe kommend? En Jesus warträuerод, woran heimelsch 저� Day og warst du hin er? Was hast du auf Tavisie? Was hast du auf Tavisie? Bei der Fantasie beträgt du and du auf Tavisie, Ein Alexander f進utes merσω qué oer fortlässt. Was hast du auf Tavisie dester? Wenn Jesus dieses All-Himmel landet, dann wirst du dich nicht beinahe sein. Du hast bloß durch Gott seine Gnode, dass Jesus den Blut zählt für dich, dass du, das jahrste Wunder, das Miracle, was du ever schaffst, dass du dich in den Himmel kenne. Wie sollen die so färfen, wenn ein Mensch krank ist, wie beden, wie beden jetzt all die Sündbarkeit, und die schaffst du überdach? Wie wollen ein Miracle sein? Das jahrste Miracle ist das Land gewartet, wenn du in den Himmel kommst. Das ist das jahrste Wunder, was ever passiert ist, wenn ein Mensch von dem Leben rückkommt, dann erwähnen wir Jesus. Ich sage immer, wenn mir das fragt, was hast du abzuwiesen, wenn du was für Jesus zu tun? Ich sage, ich habe etwas geräutert abzuwiesen. Ich sage, Jesus, gleich wegen dir, wegen was du in deinen Hängen, in deinen Feuchern, in deinen Sieden hast, was du die Lehre hast von mir, du wegen welchen Gnode. Wenn du mögst, den Pimmern, was ich dort nicht brauche. Aber wenn du aber nicht Frucht hast. In der Bibel, was ich sage, schlau sei, und der Frucht, was du dem Bimm, in der Bibel, sage ich derzeit klar, und der Frucht, was du dem Bimm tun kannst, wenn ein Kramram, da sage ich nicht, alle Hör, Hör, Säger, wo du im Himmel kommst. Da sind viele Menschen, die von der Säger sei, Hör, Hör, und die sagen, ich weiß nicht, ich kann Jesus, wo das keine Frucht zu sein. So fraust du immer, was ich da vorher hätte redet. Du warst schon redet von, was ich jetzt da überredet, du warst schon redet von, wann er Gott ist, von der, wann er da, dann war er der Dahl. Wenn du da seine Dahl, dann wird er das. Wenn du da seine Dahl, dann wird er das. Dann wird er zu sehen, wie du es jetzt haben. Im Galater Kapitel 5 kostet er das. Jesus wird es ab, da. Wenn du in den Pimmern herrn in den Tempel, dann wird ein jättlicher Engerhörst und ganz ohne Sache, dann wird es in den Nackchen. In den Nackchen? Nein, aber es ist ein Fiend. Nein, aber doch wollen sie nicht lassen. Nein, aber niemals. Nein, niemals. Nie, nicht wollen sie das bleiben. Denn mir steht, wenn man so ein Vater veräuert ist, aber ohne Menschen, der weiß, dass Salz nicht. Der weiß, dass Salz nicht. In der nächsten Saison ist das Bild von Infirmität. In der nächsten Saison ist das ein Spirit of Pride. In der nächsten Saison ist das ein Stolz. In der nächsten Saison ist das ein Stolz. Die Saison ist das eine Seele. Dass nicht so ein Volk zu blowen, weil es aber es ist so eineieving Ver Rip Beet. Ja. Viele Leute wissen es nicht, wie es幸 hängt wird von einem Skolp und authoritär. Stolz wird Stolz zufriedenhaft. Wenn du irgendwo in der Öklinische Früh in Praia der ist abgetritt, der hat eine grüße Matze, und der hat ein größtes Stück, der ist so Stolz zufriedenhaft. Dass du eine Salze gerechtig hast, und dass du eine Stolz hast. Aber nicht in Bernd am Pader. Nein. In der Last muss eine Frage verstanden werden. Du hast viele verschiedene Wege, wo wir Stolz sind. Erst Stolz? Nein, Stolz. Seid ihr einmal so als Stolz? Ja. Er ist besser als der andere. Ich konnte gestern in der Person sagen, ich konnte nicht hoff so viel Frieden haben, als von heute. So, like, Praise the Lord. Wenn du so zufriedenhaft Gott hast, dann sagst du, Halleluja. Wenn du nicht vornehmen, du zufriedenhaft Gott hast. Das ist so zufriedenhaft. Das ist eine Stolz. Eine Stolz. Das ist eine Stolz. Die Stolz. Das ist eine Stolz. Das ist eine Stolz. Das ist eine Stolz. Saßtien für Saß. Für Saß oder Saßtien? Saßtien. Postergeschichte Saßtien für Saßtien. Sie, der Venetian hat dort schon jetzt von Vorseier, wo der Vorseier, wo der Vorseier, wo der Vorseier, der Haxarie driebe. Hier kommt vielleicht wieder über die Ütalber, gerade die was auf Englisch, Demons entice. Was ist das? Was ist das, was die Dichie wird? Demons entice. Was ist das? Was ist das? Die Entice und die Harass. Oh. Torture. Compel. Enslabe. Cause addictions. Defile. Deceive. Und attack the physical body. Entice. E-N-T-I-C-E. Und die Bibel sagt, dass der Tasassian ist, dass der das Stähle im Dauert zu machen. Und zu schwälen. Und dort wird seine Materien. Und viele Menschen sagen, Christen können nicht bei sich erst haben. Mir ist die Christen sind gebogen, mit bei sich erst haben. Aber der war dort niemand toscht und der war dort nicht glücklich. Wie weit war, wie sind gebogen, was? Weil wir vorst wären, wir wissen nicht, wovon loszukommen. Und wie will ich deliverance? Gott delivered his people from the bondage of Egypt. In Gott möge Antolaus, he lernt er rührt. In Kreuz erlernt er uns von dem bäusein fienzigen Territory rührt. Wobei wir fingen in 2. Mose 3, Vers 7, wo er den Isol berührt lernt. Wo wir sagen, wir finden auch viel mehr ein Mensch, wo am Gessel, den gebogen sind, ist am Fläschlichen. In der Spirit, der mir steht heute, wo er ein Mensch gebogen hat. Er soll nicht erwartelig, wo er hat, belebe. Wir sagen, wir sagen, wir sind in der Kladde von der Todeskladde gebogen. Wenn Jesus hält, er rührt, wegen Worte, der Jesus. Worum muss der durch die Bogen rührt kommen? Koninkert wird marteil. Worum bleibe ich gekommen, der durch die Bogen rührt? Jesus können abwerken, wo Jesus nicht konntet sein, der der Kladde von der Bogen bliebe. Aber wort sei wir hier? Der ward von dort abgewirkt, uber wie aus Menschen sind dort, der losmärken. Warum? Ja, und das ist ein Symbol von Basiastow-Triebe. ja von der pläuer wie bauernst du uns das johannes auf verschweifiert ich aus jesus steht gesagt hat er auch eine lüde stamm lazarus kam rütt Dann wieder. In der sterbende Mohn, kein Rütt, hängt ein Feuch mit groben Leckes, bewickelt, in ein Schweutdruck, er war dort gesach, gebungen. In dieses sete Arm, läuft alles auf und läuft am Gorn. See, im Krex ist so, der Pläuer dabei ist, wenn Jesus sagt, Deliverance is the children's bread, der Menschen 3 bett ist, der Brot von Gott in Kenia. Der Brot war, der Brot war, der Brot war, der Menschen 3 bett. Der Brot, der Brot. Matthäus Kapitel 15, Versaussend 20. Wenn wir uns dort lesen, in Englisch sage ich dort, Deliverance is the children's bread. Und ich... Was ist denn? Matthäus Kapitel 15, Versaussend 20. In Heuseeter, dort es nicht reicht, dort, dort der Kinga erbrot, dort es nicht reicht, die Kinga erbrot, zu nehmen, in der Hwing, vierte Schmiede. Kim, ihr hört, diese Frühkampf, die Jesus in der Welt hat, er im Mehlhof von Beziesta frei wird, der Mehlhof Beziesta, wo es erst nicht einer von den Jüden ist. So, Jesus sagt, der Kinga, das wäre Jude. Er sagt, woran würde ich der Kinga erbrot fortnehmen, und den Hwingen nicht geben? Das ist vor allem, dass man ein Hund macht. Das ist vor allem, weil er ein Mehl hat, die Beziesta ist. Ich glaube nicht, was Jesus erstes ist, aber diese Menschen, die Menschen, das sind Hunde. Er sagt, woran würde ich das brot, was hier für meine Kinga ist? Woran würde ich das brot? Der Hwingen geben. Was man Jesus brot? Was man Jesus brot? Was man Jesus brot? Was man Jesus brot? Deliver? No. Deliverance. Freibere. Was jester triebe, dort man Jesus brot. Was man Jesus brot? Wenn diese Früche am Tag haben, weil er die Arme also bereits jester triebe worden. Und wenn Jesus brot, warum würde ich diese Kinga der Brot wegnehmen? Und die dort gebe. Der Brot, was wir jester triebe, was Jesus hier benannt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? 221. 221. 522. 522. Okay, ich werde das noch einmal lesen. Ich werde den 21. Versuch an. Dann ging Jesus von du und trage sich 3 und der Jähnen und Tiros und Sirenen. Und dann schäum ein von du eine kanonische Früh und gehen und von unter schriegen. Oha, du darfst ihn sehen, hab mitleid mit mir. Meine Dachter wurde schrecklich vom Sudhund geplägt. Kannst du mal? Ich hab mitleid mit mir. Meine Dachter wurde schrecklich vom Sudhund geplägt. Über Jesus gab er keine Antwort. Seine Jäger über Käumen in Brachladen schreckt er früh doch fort. Der Verlorene Schub von Israel geschreckt. Das heißt, ich hab mitleid mit dem Sudhund geplägt. Über Jesus gab er keine Antwort. Seine Jäger über Käumen in Brachladen schreckt er früh doch wahr. Der Schreckt an Sängeron. Jesus sagt, er hat nur den Verlorene Schub von Israel geschreckt. Seine Jäger über Käumen in Brachladen schreckt er früh. Das heißt, alle Käumen in Brachladen schreckt er früh. Seine Jäger über Käumen in Brachladen schreckt er früh. In Jesus sagt er, dass es nicht reicht, die Käumen in Brachladen zu nehmen und die Hunde fertig schmieden. Können Sie sagen, was haben Sie gebrotet nun? Viele Menschen bieten nicht, weil die Brachladen schreckt er nicht. Die Brache sind von der Leberens. Es kommt nach zwei Breiten. Sie schärten, es braucht seine Freitzworte. Wir haben gerade wieder drei Reiten in Brachladen gebrotet. Sie brauchen keine Müllereich. Es gibt keine Müllereich. Wenn die von der Wehr wären, würde ein Hund nahmen, dann würde der Steiner vielleicht auch fliehen, ohne wie ein Steiner wäre. Wo kann die Flöhe dort sein, dass er kennt wie jemand von der Erde? Also da sage ich, da war schrecklich vom Sohn, die Plähe auch da, irgendwo der Haft, der wird gelebt von dort. Das wollen sie doch nicht gewusst haben. Na, woran mag die Flöhe? Woran sagen so viele Menschen? Wie kann das nicht sein, ohne bei der Erde? Manche wurden nicht erst nicht gekämmen und nicht wählen, der war das nicht. Never. In Christen wurde gewohnt, den Beisefien keine gelegen hätte je, weil Päuserfeier ist eben 20. Viele Menschen sagen, Christen kennen nicht Beisefien, aber hier schriftet das klar zu der Christen. Das heißt, der sagt, Gästen Beisefien keine gelegen hätte. Und Päuserfeiervers eben 20. Gästen Beisefien keine gelegen hätte. Sie sagt, der ganz klar, Gästen Beisefien keine gelegen hätte. In der Schriftet die Christen. Ich glaube nicht, dass ich ein paar Dinge von dem, oder wie ich da demonise bin. Ich glaube, dass ich ganzes Kontrolle von dem, was ich nicht so sein kann. Ich glaube, dass ich das nicht so sein kann. Ich glaube, dass ich ganzes Kontrolle von dem. Ich glaube, wir haben zwei Tage, wo die Main-Dauern sind, wo die Gäste der Tarnau kommen. Da ist eine Aufschaffung der Matur. Was sagt ihr denn jetzt? Du wirst ja nicht so da aus dem Führer gehen. Wenn du nicht so da aus dem Führer bist, wenn du nicht so da raus willst, wenn du an der Hersteller in Wärser bist, da wirst du nicht sagen, das wollen wir nicht. Ja, das ist ein Rumpf, was du nicht so da rauskriegst, da ist so da bei der Hände, da ist die Arzt oben nicht da. Und wir waren aber noch von Pohsello, wenn wir uns Pohsello haben, wir waren nicht so. Und mein Ziel war es, wenn wir uns Pohsello haben, die Pohsello haben, wir waren so wie Pohsello, aber die andere Dinge sind so wie Ola, am Grofen zu haben. Und du niemals mehr mit der Hand zu haben, wenn wir uns nicht mehr mit der Hand zu haben. In so einer Fähre, in der Tüße, wo wir abgeworfen sind, war es so viel Trauma. In so einer Fähre, Schwierigkeiten, in der Hämmer, wo wir abgeworfen sind. Und da war es, wenn man auf der Tüße, die wir nicht haben, können wir nicht reden. Die verbrauchten Hämmer wurden von der Tüße. Und da war es so eine Fähre, die Menschen, die wir nicht haben, weil die Verbraucher nicht haben. Wer hat das Stilte, der Hämmer, wer hat das Stilte, wer hat das Stilte, wer hat das Stilte, wer hat das Stilte. Wird ein Gälder haben auch Dinge, die nicht gut drei Jahre waren. Ein Gälder haben auch Träbel. Du hast eine Schwachheit, ein Gälder haben. Wird er von Schwachheit oder von Jesus gerannt? Von Schwachheit gekommen? Hä? Von Schwachheit gekommen? Dann soll er von Jesus gerannt worden. Ja. Und da ist es, die wir nicht auf die Erdbeer der Erdbeerung der Erdbeerung der Erdbeerung. Dann soll er die Erdbeerung sein. Und wenn man nicht auf die Erdbeerung hatte, kann man das Stilte machen können, die wir nicht auf die Erdbeerung machen können. Die Erdbeerung habe ich nicht auf die Erdbeertung. Erdbeerung habe ich ungegründig. Was du wirst du wirst? Was du wirst du in den Erdbeerung? Du wirst du in den Erdbeerung oder? Da musst du immer lyseresen werden. Ich muss es mal klären. Das ist eine Lasse, was die Liebe kostet mir. Sleep. Having attacks that come in your sleep. Having intrusive thoughts and hearing voices in your head. Emotions. Having controlling negative and toxic emotions. Desires. Having intense desires for habits forming in things. The next thing is the mule. Having issues with taming your tongue. Having sexual perversion or a spiritual spouse. Having sexual perversion. What is that? 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 Having sexual perversion orória? It's always suffering from you. Perhaps it is a PK. Gott hat gesagt, dass du nicht mehr kompromise. Das sehen wir nicht, du warst wirklich nicht, du hattest gesagt, aber du hast, du kommst ganz pervertretend über deine Früge, du hast ein Akt von Leibgängen in der Früge, wenn man dort nicht schafft, dann hast du begynt, somit erreich. The next says, health, having extreme restlessness in all spirit-filled environment or hostile towards deliverance. Das sagt, du kannst health sein, er will koste, wenn du, wo handforschen du was deliverance du warst, du warst extremelig will, und du beizerst du immer, was du alles downest. Das kann ich sagen, du hast ein, du hast jaß mit, was du erfüllst du dir. Er hat generational, having reoccurring problems from your parents that are repeating in your life. Den hier hat Frans immer noch ein Partner an, und wir hier so, fehl hier von, und meine Groß-Sammel will immer etwas moiden, dass wir moiden, dass wir moiden. Und meine Mama oder�, meine Papa, und ich habe dort gewusst, meine Fahrer, und ich habe Ich gehe mal ein расes Land an, und ich rufe das jetzt, ich gehe nicht an, wenn du Du weißt, was du all meinst vor dir aus. Dann wusste ich, glaube ich, wie ich so ein Fan. Das habe ich auch getan. Wo du weißt, dass du heute sagst, hier redet man bei den Berner und da ist ein Rat, der zu dreht. Und da sag ich, wie soll ich das mal in ein Land schreie, das hat mir meine Familie hier in diesem Fluchst ab. Da hat es mir gedacht, wo du eigentlich noch dauernd an meine Familie, hier hat er dann ein. Und das Land, das du schreie, ist einfach, aber das ist nicht so einfach, wo du nicht immer stopst. Kann du aber, was ich sagen, was könnte ein Demon sein, und dann recognizing was sind die Symptoms von ein Demon, oder wie du zu sagen. Die nächste Strophe towards Deliverance ist repent. Okay? Wenn du irgendetwas von deinem Leben hast, repent of it, und verjaff die Menschen, was die das gelehrt haben, was das andere Dinge gelehrt haben. Verjaff die Menschen. Wenn du es so, und sie verfügt das Spiel, dass die Dinge hinter uns immer lieb, was die Sintliche ausgut hat, was die Sintliche ausgut hat, und das von dem am Worschipping. Und die Vorredner, und die Älter, und die Verjärte. Und die Westerbinder, und die Westerbinder das verjähre. und dann renounce die Dinge, diese Kontakte, alle Kontakte mit der Kalt, diese Kontakte, wie man hört mit, wie war es so in der Kalt ab, wie war es so in der Kalt, wo das gesetzlich war, wo wir uns von dort los sahen, das bringen wir nicht wieder. Renounce die ungodliche Sulteis, wo wir einmal die ungodliche Sulteis gemerkt haben, das wird wieder los gemerkt, wenn man fragt, wenn man fragt, vielleicht fragt, ach wo das ist ein Sulteis, wenn du hast eine andere Person, die schlupelst mit dir in die Früh, dann hast du einen ungodlichen Sulteis, eine Säuleverbindnis, sage ich, die Bibel wird. Aber du sollst ein jegliche, neue Verbindnis zu sein zwischen Polit, soll irgendein Sulteis sein wird, soll ein jeglicher sein, nicht ein jeglicher. Kommen wir mit. In generational curses, in words of curses, und die lade sagt, rebuke die unclean spirit, und command them to go to the pet, in Jesus' name. Das bringt die Frau. Okay, wenn ich da war, wäre. Ich sage, danke für diesen Abend, ich sage, danke für deine Leben, und ich sage, danke für das Brot, die uns brachte, sodass wir frei werden können. Und ich behalte, dass du uns verschwiesen, wenn du in unserem Leben Dinge sagen würdest, du hast das Mählich gemerkt, und von dir ist die Dage, die Dinge wurden verlaten. Ja. Und ich sage, danke schön, dass uns Männer auch hängen anzessen, dass wir die Mählichheit tun, also wir können das verjerten, weil wir nicht einfach an den Garbischkampraum kleben, und immer weiter an den Husten bringen. Wir wollen uns selbst verjeden, und hängen an die Leute, und das wird weich sein. Und dann kommt jeder Fluch, von der Familie, das ist mitgestattet, aber hier und nicht wieder, wie würde das für unsere Familie, wir wollen den bereiken, wir wollen nicht noch mehr Fluch sein, noch mehr Garbisch sein an unsere Familie, und die ganze Familie wurde das auch nicht erntet, und wir wollen dort woher wir uns aufschnitten. Jesus, ich liebe dich, ich danke dich, für was du kommst dort zu bereiken, was wir nicht bereiken können, und du kommst in der Flucht und Tritts zu drehen, was wir nicht drehen können. Und ich behebe es, wenn irgendwer sich versäunigt hat, wie wir Dinge mit schlafen haben, wie sollen, das losluten, wie wir renounce, wie wir repenten, wie Frau für Vergebung, für die Sünde, wo wir uns verschilligt haben. Und ich liebe das alles mit meinem Leben aus, und ich sage das auf, in der Name von Jesus Christus. Yes. Ich freue mich, dass du was uns wiesen, dass wir durch die Deliverance Session durchgehen können, dass wir waren. Seien wir das Brot als Pfarrst, und wir das Brot zu bereiken haben, und wir werden das, dass wir uns frei, von allen Antogenen, in der Name von Jesus. Amen.